Musik Jetzt ist es also soweit. Es herrscht die Ruhe vor dem Sturm und wir warten darauf, dass legendäre Kultrennwagen in diesem Oldtimer-Rennen für geladene Fahrer wieder zum Leben erweckt werden. Ich bin natürlich hoch erfreut, dass ich hier dabei sein darf und heiße natürlich auch alle Zuschauer daheim aufs Herzlichste Willkommen. Nehmen Sie sich eine Tasse Tee oder Kaffee ganz nach Geschmack und machen sich bereit, denn unsere Teilnehmer befinden sich in den letzten Minuten vor dem Start. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020